Auch bei dieser Übung, Rhythmus, Sehen und Hören, brauchen wir einen ganz guten und stabilen Sitz, dass das Kind seine Beine wirklich gut abstellen kann. Gerade wenn die Kinder eine innere Unruhe haben, ist das ganz wichtig. Dann, Arthur, erkläre ich dir jetzt, wie die Übung geht. Wir legen unsere Hände auf die Oberschenkel. Ich klatsche dir was vor, dann lege ich meine Hände auf meine Beine zurück und dann klatschst du das nach. Also so lange, wie du geklatscht hast. Also wenn du dreimal klatschst, klatsche ich dreimal. Und wenn du einmal klatschst, klatsche ich auch einmal. Okay, leg mal deine Hände hin. Genau so machen wir das. Prima gemacht. Nochmal gut hören. Vielleicht sind da auch zwei schnelle Schläge dabei. Füße noch mal hinstellen. Achtung. Ja, und die Hände wieder hinlegen. Richtig, gut gemacht. Nochmal gut zuhören. Und wieder hinlegen. Das Ziel ist, dass das Kind eigentlich bis zu fünfmal klatschen hören muss und auch die Rhythmen mit wahrnehmen soll. Dass das Kind wirklich sowas nachklatschen kann. Und je älter das Kind ist, umso besser muss das kommen. Und ein Kind im Kindergartenalter mit drei und vier und fünf Jahren, da gibt es halt einfach, man kann sich vielleicht merken, mit drei Jahren dreimal nachklatschen, mit vier Jahren viermal und mit fünf Jahren sollte das Kind oder auch sechs Jahren fünfmal entsprechend nachklatschen können. Wichtig ist stabiler Sitz. Und das Kind soll die Hände auch immer wieder selber auf die Oberschenkel zurücklegen, damit immer ein klarer Anfang und ein klares Ende ist. Okay. Und das Kind soll die Hände auch immer wieder sein.